Aufwendige Motive der Jolifin Tattoo Wraps machen jede Nählart zu einem extravaganten Kunstwerk. Mit etwas Fairy Dust wird es eindrucksvoll glamourös. Wie das aussehen kann, zeige ich dir jetzt. Zuerst bereitest du deinen Naturnagel wie gewohnt vor. Dafür schiebst du die Nagelhaut mit dem Laveni Cuticle Pro Pusher zurück und mattierst die Nagel gründlich an. Nachdem du den Fallstaub entfernt hast, klebst du einen passenden Extreme Pinch Tip in Clear auf. Diesen kürzt du auf die gewünschte Länge, feilst ihn in Form und gleicht ihn an deinen Naturnagel an. Entferne wieder den Fallstaub und bestreiche den Naturnagel mit Dehydrator. Für einen perfekten Halt bedeckst du den Nagel mit einer dünnen Schicht Laveni Ultrabon Condier Gel. Dieses lässt du 2 Minuten im UV-Gerät oder 60 Sekunden in der LED-Lampe aushärten. Durch das Auftragen einer Schicht Laveni Fiberglas Gel Rosé erhältst du ein bruchssicheres Design. Auch dieses lässt du aushärten. Nun streichst du das Laveni French Gel Super White als Full Cover auf. Nach erneutem Aushärten modellierst du deinen Aufbau mit dem Laveni Fiberglas Gel klar. Noch einmal aushärten lassen. Entferne jetzt die Schwitzschicht mit Lina, feile den Aufbau in Form und entferne den Fallstaub mit dem Laveni Diamond Staubpinsel. Anschließend schneidest du das gewünschte Motiv des Jolifin Tattoo Wraps 28 aus und legst es kurz in ein Wasserbad. Bestreiche den Nagel mit einer dünnen Schicht des Laveni Fiberglas Gel klar. Nachdem sich das Tattoo von der Trägerfolie gelöst hat, platzierst du dieses vorsichtig im feuchten Gel. Noch einmal vorsichtig andrücken und den Nagel anschließend aushärten. Umrande das Tattoo mit etwas Fiberglas Gel und streue den Jolifin Fairy das Champagner hinein. Mit einem Pinsel kannst du den Last noch richtig platzieren. Nachdem du aushärten lassen hast, versiegelst du dein Design mit dem Carbon Colors Top Coat. Noch ein letztes Mal aushärten lassen. Für ein lange anhaltend schönes Finish, entfernst du nun die Schwitzschicht mit Laveni Glossy Cleaner. Findest du die Mischung eines Totenkopfes mit einem Goldregen auch so aufregend und glamourös? Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Selbermachen. Bis bald, deine Vicky. Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück. Überstieg wir den Schmerken an. Bis zum nächsten Mal.